Ja, willkommen zurück meine Freunde bei Dead Island und ihr seht schon, ähm, ich bin in irgendeiner Garage eingeschlossen und ich weiß nicht warum. Also ich hab das Spiel gestartet und bin jetzt hier. Weiß der Geier wieso? Wir sind irgendwo in einer Werkstatt oder was und können hier schnell reisen und abhauen und hier vor lauern irgendwie total ne Zombie-Horde. Und ich weiß nicht wieso wir gereist sind. Also wir werden auf jeden Fall schnell reisen. Und zwar zur Kirche, wo ich ja eigentlich aufgehört habe. Deswegen weiß ich nicht, was das jetzt für ne Nummer war. Aber soll uns egal sein, wir kümmern uns um die Hauptquest und müssen uns ums Wasser kümmern, um die Wasserversorgung der Kirche mehr, eher gesagt. Und das wird ein Spaß, sag ich euch. Unsere Waffen sind heile. Es ist ein recht gutes Wetter, aber die ganze City hier ist voll mit Untoten. Und die sind ja hier richtig aggressiv. Und wir müssen auch genau immer da durch, ey. Ich glaub, wir rennen erstmal ein Stück. Huppidi-Huppidi-Hupp. Boah, ekelhaft. Wenn man verfolgt wird, das ist so eklig. Eigentlich müssen wir nur den, der rennt, umhauen. So, jetzt sind hier sogar alle tot. Komm Gute, komm. Okay, die sind alle tot und wir müssen hierher. Das ist übrigens eine super Waffe. Zwei Schläge und du hast deine Ruhe. Hier sind natürlich auch immer diese Riesen oder der da. Oh, hallo. Alles klar, Kumpel. Ich frag mich, ob ich hier drauf springen kann. Oder wir gehen lieber einen anderen Weg. Hier geht's nicht lang. Boah. Tritt uns einfach, der Typ. Alter. Ge Penner. Der hat's ja wohl nicht mehr alle, der Typ. Ja, komm erstmal her. Komm erstmal her. Und Schiss. Oh. Was war das? Was war das denn? Geil, mit einem Ding tot. Super spaßig. Okay, scheiß drauf. Wir sind ja hier. Direkt bei dem bekloppten Typ hier. Hier. Wir sollten unsere Munition nicht an so einem verschwenden. Den lassen wir einfach ins Leere laufen. So, jetzt hauen wir einfach hier ab. Boah, du Arschloch. Mann, ey. Wo die immer herkommen. Muss ihren Löchern, ey. Okay. Genau. Ich schleiß mich quasi an ihm an. Ja, ja. Das mit der Polizeiwache habe ich schon tausendmal gehört. Jetzt haue ich hier um mich. Wenn ich wieder zu Atem komme. Komm, du Wichser. So. Tschüss. Ups. 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 Also, manche bist ja immer noch am Leben. Tse. Oh, nee. Jetzt fängt das wieder an zu schiffen. Wir rennen jetzt einfach mal ein bisschen. Wir können uns hier nicht immer mit jedem anlegen. Wir müssen aber hier rein. ... ... ... ... Ja, genau. Alles klar. Das ist echt nicht mehr normal hier. Wir hauen jetzt ab. Boah, das sind so viele. Da hast du keine Schnitte. Sogar mit Wegrennen kommt man manchmal nicht weiter. Und von hier oben. Boah, ob wir einen Sprung schaffen, ohne drauf zu gehen. Ja, aber... Zack, da ist sie tot. Tschüss. Wo müssen wir her? Hier müssen wir her. Oh, nee. Da sterbe ich. Ich stand 5 Meter oder 10 Meter weg und trotzdem sterbe ich da. Was für ein Schwachsinn, ey. Und wie viel der noch abzieht. Ich hatte fast wieder die Hälfte meiner Energie. Und... Oh, ich starte genau hier. Alles klar. Und trotzdem hat er mir alles abgezogen. Also geht's so. Voll behämmer. Da kommst du angeschissen, ne? Boah, verpiss dich mal hier. Freunde der Sonne, ey. Kommt hier einfach hier hoch, der Larch. Ich glaube, es hat... So, jetzt machen wir mal ein bisschen schneller. So, hier waren wir nämlich schon mal. So, Tür zu. Hier könnte natürlich durchaus noch Munition zu finden sein. Das wäre super. Wir müssen das Leak stoppen. Ja, das habe ich jetzt nicht verstanden. Wo gehst du? Ja, doch. Was willst du? Bauplan Haftbombe. Wenn wir das Wasser haben wollen, müssen wir die 5 Hidraten schließen. Ich schließe 5 Hydranten. Schwierigkeitsgrad schwierig. Natürlich schwierig. Ich bin. Ich bin. Lass mich euch erzählen, wo sie ungefähr sind. Es ist ein Auto in der Lachungsgebung unter dem Hidraten. Use es, um zu den Hydranten zu kommen. Ist ja eigentlich gar nicht so weit weg. Und hier ist eine Werkbank. Das ist auch gut. Können wir nämlich unser Zeug reparieren. So, meine Freunde. Dann wollen wir mal. Was ist mit dir? Was denn? Einfach, ja. Ich würde sagen, wir machen erst das, weil ich glaube, das ist direkt hier, um der Ecke. Gottlose Wesen, genau. Ich weiß es nicht genau, ob das hier ist. Aber ich glaube schon. Wir können hier gar nicht runter. Ist ja voll doof. Doch hier. Hier soll es was geben. Hä? Hm. Ich will ja nichts sagen, aber... Ich sehe irgendwie nichts. Ich dachte eigentlich, das hier wäre diese Pumpenstation. Aber... Ja, dann scheiß drauf. Wenn die mir das nicht anzeigen, wo ich hin soll, dann... ...kacke ich da drauf. So. Jetzt machen wir unseren Job hier weiter. Das Wichtige. Nicht diese Kinderkacke. Nee, daher. Prost. So. So. Ja, was ist los? Da ist der Hydrant. Oh, nee. Boah. Alter. Alter. Drecksau. Ich hasse das, wenn die auf einmal hinter mir auftauchen. Ja, kommt. Das waren mal Zombies. Das waren mal Zombies. Zack im Duster. Hau ab. Ich will gar nichts von dir. Schön über die Autodächer. Da ist noch so ein dicker, ey. Jochen. ula. Ja. Ja. Nein. Töner. Ich will garieren. Ja, ja. Töner. Ja. Ja. Ich will garieren. Ich will garieren. Nein. Oh, du, ey Kommt ihr denn her? Komm So Ha 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 Her mit der Kohle Es wäre doch gelacht, wenn wir Wenn wir das nicht schaffen würden Okay Der nächste ist leider ein bisschen weiter weg Bam, da sind die Auch gleich mit tot Wunderbar Bisschen haben wir eingesteckt Das ist nicht so schlimm Bam, ein Kick in die hässliche Visage Bam, bam, bam Baa Watz Hä? Ich wollte hier den Schädel wegtreten What the hell Ne, 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 ne Genauso Schön weggeschmatzt Ah, weiter geht's Wo ist dieser verdammte Hydrant Ruhe Bist du der einzige hier An Zombies Anscheinend Dann kann ich dich auch so töten So Hat sich irgendwie nach einem Mensch angehört Oh, hier ist gut Sofort mal reparieren Wenn ich schon mal hier bin Okay Okay Okay, okay, okay Boah, der kommt ja... Alter. Boah, ii, stinken. Ich will die beiden zusammenführen. Leider ging das nicht. Egal. Na komm. Ja komm. Du musst nur weit genug weg. Boah, bam. Komm, 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 komm. Wunderbar und weg hier. Warum läuft er den nicht um? Ich hab das so gelernt. Die wegzutackeln. Puh. Schön hier durchschleichen. Frecise. So. Geh. Geh. Steine. Das nehmen wir schön mit. Hier ist nämlich immer irgendwas Dickes. Yeah! Kommt mal her, alle Mann! Komm, komm, komm! Boah! Boah, ich bin selbst... ...weggeflogen. Boah! Bam, bam! Alter, hau ab, du Schwein! Um dich, Freak, kümmer ich mich noch. Hat der einen Helm auf? Boah, mit einem Schlag alle drei gekillt. Ja, komm, du kriegst auch noch einen. Wunderbar. Das ist doch nicht normal. Da hab ich das Ding zerschossen. Rennt da erstmal den da rum, ey. Siehst du, wie ich mit denen umspringe? Und mit dir auch. Boah! Boah, du kleiner Assi. Die Explosion hat ihnen aber ordentlich was mitgenommen. Er ist nämlich gar nicht mehr so stark. Schöne, dann hat die Explosion ja wenigstens ein bisschen was gebracht. So, ein Hydrant noch. Aber den Hydrant würde ich sagen... ...den packen wir uns in der nächsten Folge. Unseren letzten. Ich glaube, wir haben noch einen, oder? Ja, ja, einen haben wir noch. Wie gesagt, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage, Rinnjahun, bis zum nächsten Gemetzel.